Willkommen bei die Agora und Thermal wieder. Die Agora von Kyrene war zugleich Marktplatz und politisches Zentrum der Stadt. Der zentrale Innenhof lag unter freiem Himmel, während die ihn umgebenden Marktstände und Läden von den lang überdachten Säulengängen geschützt wurden. Wie in anderen griechischen Städten gehörte zur Agora eine zentrale Versammlungsstelle, die man Brütaneon nannte. An diesem Ort wurden die Gäste der Stadt willkommen geheißen. Herzstück der Agora war eine Statue, die Ruhm und Siege der Seefahrt pries. Die weiblichen Formen könnten darauf hindeuten, dass es sich um Nike handelt. Sie ähnelte sehr wahrscheinlich der Nike von Samutrake, die heute im Louvre ausgestellt wird und dem Team als Referenz diente. Auf der Agora von Kyrene gab es zahlreiche Tempel und Bildwerke, die den Stadtgründer König Bathos und die Stadtgötter ehrten. Zudem fand man zwei Altäre, die zum Tempel des Apollon gehörten, sowie eine Marmorstatue der Göttin Lybia. Zu den Profanbauten zählten ein Gerichtshof und ein angegliedertes Archiv, in dem Rechtstexte und andere für die Verwaltung der Stadt wichtige Dokumente verwahrt wurden. Die Brandspuren an den Überresten des Gebäudes deuten darauf hin, dass es möglicherweise während der jüdischen Rebellion im Jahr 115 unserer Zeit zerstört wurde. Öffentliche Bäder waren für griechische und römische Städte üblich, das galt auch für Kyrene. In den Ruinen entdeckte man zwei Thermalbäder aus verschiedenen Epochen. Eine Inschrift über den Eingang eines dieser Bäder war offenbar dem Besitzer gewidmet und lässt eine Datierung in die Zeit des Hellenismus zu. Die Mosaikfußböden hatten ursprünglich einen erster Linie praktischen Nutzen. Sie waren wasserdicht. Die von den Griechen nach Ägypten und in die Kyreneika importierten Bildmotive zeigten vor allem Alltagsszenen, die Meeresfauna oder mythologische Figuren. Neben den traditionellen griechischen Motiven wurden auch spezifisch ägyptische Motive wie die Lotusblume integriert. Die schönsten und am besten erhaltenen Mosaike fand man jedoch in Alexandria. Die Bäder von Kyrene wurden in unterirdischen Gewölben errichtet, die man zwischen dem 8. und 6. Jahrhundert vor unserer Zeit anlegte. Die Arbeiter schlugen Sitze in den Fels, um die Waschungen bequemer zu gestalten. Wie viele andere öffentliche Gebäude waren auch die Bäder kunstvoll geschmückt. In ihren Räumen fand man Statuen der Aphrodite und des Bogenschützen Eros. Das Frigidarium, ein Kaltwasserbecken, war der erste Raum, den man als Besucher betrat. Gefolgt wurde es vom Tepidarium und schließlich vom Heißwasserraum, den man das Kaldarium nannte. Das Wasser der Thermalbäder stammte aus natürlichen Quellen. Man legte heiße Steine ins Wasser, um den gewünschten Dampfbadeffekt zu erzeugen. Das Quellwasser floss in eine Zisterne und einen Brunnen, den man die Aqua Augusta nannte. Unter Kaiser Trajan wurden weitere römische Bäder erbaut, die man unter Hadrian restaurierte. Nach dem Erdbeben im Jahr 365 unserer Zeit wurden sie durch Bäder im byzantinischen Stil ersetzt. Dabei kamen viele Steine der alten Bäder zum Einsatz. Das Team nutzte für den Entwurf dieser Orte im Spiel Beschreibungen der Bäder aus der Zeit des Kaisers Trajan. Das Team nutzte es ihnen. Untertitelung des ZDF, 2020